Hallo liebe Weinfreunde, herzlich willkommen zu unserem Videostar vom Monat August. Der Videostarwein dieses Monat ist der Pure St. Laurent und wir sind hier auch bei unseren St. Laurent Trauben in der Riedel Neuaussatz. Die Trauben sind schon wirklich sehr, sehr schön reif und wir erwarten einen Lesestart für heuer in ungefähr zwei Wochen. Zurück zum Wein, zu unserem Videostar, das ist der Jahrgang 2010 und der Jahrgang 2010 präsentiert sich ganz, ganz fruchtig nach Brombeeren und Weichsel. Und vor allem jetzt bei sommerlich heißen Temperaturen um 35 Grad nächste Woche ist das der perfekte Wein zum Grillen. Da er wirklich auch relativ leicht im Alkohol ist und mit einem sehr schönen, samtigen Tannin ausgestattet. Also zum Wohl und nicht vergessen, der Videostarwein ist minus 15% im Onlineshop erhältlich. Bis zum nächsten Mal, tschüss!